Der Optical Network Termination, kurz ONT oder Modem genannt, ist der Abschlusspunkt des Telekom Glasfasernetzes beim Kunden. Der ONT setzt Lichtsignale in elektrische Signale um und wandelt die für den Kunden bestimmten Daten in ein Format, das der Router verstehen kann. ONT und Router sind über ein Netzwerkkabel miteinander verbunden. Es gibt allerdings auch schon Router wie den Speedport Smart 4 Plus, die den ONT bzw. das Modem eingebaut haben.